Bruno Jonas ist ein deutscher Kabarettist und Autor. Werdegang Bruno Jonas besuchte das Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau. Nach dem Zivildienst studierte er Germanistik, Politologie und Philosophie. Später Theaterwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die ersten Jahre 1972 hatte er mit Jürgen Hellwing und Barbara Dorsch in der 3. Formation der Passauer Protestsängergruppe Bavarian City Preachers sein Bühnendebüt. Als Sänger und Gitarrist, seine Anfangsstage als Kabarettist verbrachte Jonas, der 1975 zusammen mit Sigi Simaschid die Kabarettgruppe, die Fahone Peabla, gründete. Im Peschelkeller und später am Scharfrichterhaus in Passau zusammen führten sie das Stück Himmelskonferenz auf. Darin rufte Erzengel Michael eine Konferenz ein. Teilnehmer sind der zugekiffte Jesus, der alkoholisierte Heilige Geist, der gichtkranke Gottvater sowie die schwangere Maria. Thema der Zusammenkunft war, wie man den Menschen die erneute Schwangerschaft Marias erklären sollte. Das Skandalstück brachte den Autoren eine Anzeige wegen Gotteslästerung ein, die sechs Monate später eingestellt wurde. 1979 entstand sein erstes Soloprogramm zur Klage der Nation. Von 1981 bis 1984 gehörte er als Autor und Akteur dem Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft an. Größere Bekanntheit erlangte er ab Mitte der 1980er Jahre durch regelmäßige Auftritte in der Sendung Scheibenwischer und der von Radio Bremen produzierten. Nach ihm benannten Kabarettreihe Jonas in Franz Xaver Bognas Kultserie Irgendwie und Sowieso spielte er 1986 die Rolle des Postbotentango. Erstmals selbst Regie führte Jonas 1989 bei dem Fernsehfilm ein Prachtexemplar, dessen Drehbuch er zusammen mit Jürgen Brest verfasste. 1992 schrieb er auch das Drehbuch zur Kinokomödie Wir Enkelkinder, bei der er ebenfalls Regie führte und zusammen mit Vitus Zepplichal die Hauptrolle spielte, erschien die Musik-CD Red Net. Im Juni 2004 inszenierte Jonas am Theater am Gärtnerplatz in München das Musical Der Mann von La Manza und schlüpfte selbst in die Rolle des Don Quichotte. Als Klaus E. Rostäuscher ist er auch weiterhin in einer wöchentlichen Glosse im Programm von Bayern 3 zu hören. Scheibenwischer Seit 2000 war er ständiger Partner von Dieter Hildebrandt im Scheibenwischer. Nach Hildebrandts Abschied Ende 2003 leitete Jonas den Scheibenwischer zunächst mit Matthias Richling und Georg Schramm. Von 2006 bis 2008 mit Richard Ruckler an Schramms Stelle als auch Ruckler sich zurückzog, führte er als Duo mit Matthias Richling die Sendung weiter. Nachdem Jonas erklärt hatte, 2009 ein fernsehfreies Jahr einlegen zu wollen, wagte Richling 2009 mit der Sendung Satire-Gipfel einen kompletten Neuanfang Nockherberg. 2004 las Bruno Jonas bei der Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg beim traditionellen Politiker der Blecken als Bruder Barnabas der versammelten CSU-Staatsregierung und anderen geladenen Gästen die Leviten. Erstmals wurde damit die Rolle des Fastenpredigers an einen dem konservativen Spektrum fernen Autor vergeben. Am 19. Januar 2007 verkündete er nach drei Jahren seinen Abschied als Bruder Barnabas. Sein Nachfolger als Salvatorethner wurde Django Asyl. Die Klugscheißer Von Januar 2011 bis 2014 war Bruno Jonas neben Monika Gruber und Rick Carvanian Mitglied des Teams von Die Klugscheißer. Einer monatlichen Satire-Show des bayerischen Fernsehens. Mit Blick auf die Kontroverse um die Mohammed-Karikaturen bekannte er 2008 in einem Interview. In der Satire das Thema Islam und islamistischer Terror mit Vorsicht zu behandeln, da er keine gewalttätigen Reaktionen auslösen will. Mit seiner langjährigen Lebensgefährtin hat Jonas zwei erwachsene Kinder. Solo-Programme 1979 Zur Klage der Nation 1987 Der Morgen davor 1990 Wirklich wahr 1995 Hin und zurück 1998 Ich alter Ego 2001 Jonas Classics 2002 Nicht wirklich, nicht ganz da 2007 Bis jeher und weiter 2011 Es geht weiter 2013 So Samar Mia Die Welt aus bayerischer Sicht Filmografie 1983 Chaos 1983 Familie Meier 1986 Lauter Glückspilze 1986 Irgendwie und sowieso 1989 ein Prachtexemplar 1992 Wie Enkelkinder 1996 Willkommen in Kronstadt Bibliografie Glücksmomente in Sascha Michel Heiko G. und Polit-Talkshows Bühnen der Macht Einblick hinter die Kulissen Bouffier Bonn 2009 TS Vollhorst Pieper München 2015 ISBN 978 3492 0568 54 Auszeichnungen 1988 Ludwig Thoma Medaille der Stadt München 1990 Ernst Hoferichter Preis 1996 Fred J. Preis 1997 Leipziger Löwenzahn 2002 Bayerischer Kabarettpreis 2003 Münchhausen Preis 2003 Ypsa Spaßvogel 2005 Sek Kabarettpreis 2010 Bayerischer Poetenthaler 2013 München Leuchtet in Gold 2015 Sonderpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst beim Kulturpreis Bayern